Hallo Freunde, mein Webshop ist jetzt endlich online. Also ich vertreibe online meine Fotos, die ihr ja von YouTube schon kennt, die ich an den Seen oder in der U-Bahn schon gemacht habe. Also diese Fotos können tatsächlich bestellt werden und riesengroß im Wandbildmodus auf Acrylglas oder Alu-Dibond wirklich bestellt werden. Die werden nach Hause geliefert und ich bin jetzt mein erster Kunde, da der Webshop auch erst eine Woche online geht. Ich habe jetzt mal ein Bild bestellt und will jetzt einfach sehen, wie wirkt es zu Hause an der Wand, um mich auch selbst zu überzeugen, wie es die Qualität ist. Das ist vorhin gekommen. Yeah! Ich bin schon ganz gespannt, wie es aussieht. Und es handelt sich ja hierbei um ein Landschaftsfoto, welches ich bei Vollmond aufgenommen habe. Juhu! Also ich bin richtig, richtig glücklich über die Bildqualität dieses großformatigen Ausdrucks. Und vielleicht sind ja meine Bilder irgendwie auch einzigartig in dem Sinn, da ich YouTube-Videos zu sehr vielen Bildern hochgeladen habe, damit ihr ja sehen könnt, wie wurde dieses Bild geschaffen, welche Einstellungen habe ich verwendet, was waren die Schwierigkeiten bei einem Bild. Also ihr habt bei jedem, fast jedem Foto eigentlich dieses Making-of-Video mit dazu. Und das verleiht dem Bild auch eine gewisse Story. Und ja, ich kenne eigentlich niemanden, der das macht. Und bleibe auch dabei, die nächsten Bilder, die ich hier hochlade in den Webshop, werden immer wieder von einem YouTube-Video begleitet. Das ist meine Strategie und ich freue mich, wenn ihr in meinem Webshop schaut und das passende Bild für euch findet. Also ich sage bye-bye, ciao, euer Sigi vom Ammersee.